Hallo, ich begrüße euch zum fünften Teil meiner Videoserie Abiogenese, Irrtümer und Fehldeutungen in den Naturwissenschaften. Mein Name ist Oliver Lazar, ich bin Professor für Informatik und Doktor in den Naturwissenschaften der Medizin. Wer mehr über mich erfahren möchte und auch über diese Videoserie Abiogenese, dem empfehle ich den ersten Teil von dieser Videoserie. Den habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr hin. Dort werde ich das Thema motivieren, euch zeigen, worum es eigentlich geht. Ihr findet dort auch den Link zu meiner Homepage, da könnt ihr auch mehr über mich erfahren, mein Curriculum Vitae lesen, meine aktuellen Themen lesen und auch Dinge zu meinem Buch. In diesem fünften Teil dieser Serie geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht um das Thema Homochiralität. Ich glaube, dass Homochiralität sogar der wichtigste Grund ist, der wichtigste Grund der Abiogenese zu widersprechen. Abiogenese, nochmal zur Erinnerung, bedeutet ja, dass wir aus toter Materie, aus den Atomen letztendlich biologisch aktive Systeme bekommen, letztendlich eine lebende Zelle herstellen können. Aber das Problem der Homochiralität ist kaum bekannt und die größte Hürde, die wir kennen zum Thema Abiogenese. Ja, was bedeutet Chiralität oder Chiral? Das bedeutet Händigkeit oder Händig. Wir gucken uns mal hier meine beiden Hände an und die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Ja, ich kann die auch übereinander legen, das passt wunderbar. Aber es ist nicht dasselbe. Im Grunde genommen sind es Spiegelbilder. Ich kann nicht den linken Handschuh an meiner rechten Hand anziehen oder umgekehrt oder zumindest nur mit großem Aufwand. Normalerweise passt es nicht richtig gut. Ja, also wir haben große Ähnlichkeiten, aber sie sind nicht dasselbe. Und dasselbe gibt es eben auch bei den Molekülen, insbesondere bei den Aminosäuren und bei den Kohlenhydraten, bei den Lipiden. All das werden wir uns noch in Ruhe angucken. Aber heute geht es eben genau um dieses Thema von diesen sogenannten Spiegelbildisomeren. Ja, also diesen Molekülen, die in verschiedenen Spiegelbildvarianten vorkommen können. Und ich habe auch jetzt wieder einige Folien vorbereitet und wir gehen mal in den Folienvortrag. Wir beginnen mal mit einer Folie, die ich euch schon im letzten Video gezeigt habe. Und diese Folie wird uns jetzt noch häufiger begleiten, denn sie zeigt ja die vier Bausteine des Lebens. So wisst, ich bevorzuge eine etwas andere Bezeichnung. Ich sage lieber, das sind die Bausteine der organischen Chemie, weil mit Leben hat das erstmal noch nicht viel zu tun. Doch wird das immer sehr gerne vor allen Dingen von den Biologen so verwendet, Bausteine des Lebens, dass auch jeder, der das liest, sofort weiß, aha, wir haben das Rätsel um die Entstehung des Lebens jetzt schon gelöst. So einfach ist es aber nicht. Also wir haben es hier mit organischer Chemie zu tun. Mit Leben, wie gesagt, hat das noch nicht viel zu tun. Trotzdem wird es immer wieder gesagt, Kohlenhydrate, Proteine, Nukleinsäuren und Lipide, das ist die Basis. Das ist das, was mindestens da sein muss, damit wir in der Lage sind, eine lebendige Zelle zu erzeugen. Also gucken wir uns das auch im Rahmen dieser Videoserie natürlich ganz detailliert an, wie diese Bausteine entstehen konnten. Und wir sehen, dass diese Bausteine, hier Glucose, Fructose zum Beispiel oder die Proteine, die Nukleinsäuren, die Lipide, dass die wiederum aus Untereinheiten bestehen. Und diese Untereinheiten, selbst die sind extrem komplex. Wir wissen noch nicht einmal, wie diese Bausteine für die Bausteine entstehen konnten. All das werde ich euch zeigen, aber heute geht es erstmal um dieses Thema Homochiralität. So, was ist Homochiralität? Die genaue räumliche Gestalt lebensnotwendiger Moleküle hat entscheidende Bedeutung für die Funktionalität biologischer Systeme. Also die räumliche Anordnung. Ihr seht hier auch nochmal die beiden Hände. Linke Hand, rechte Hand, sehr, sehr ähnlich, aber doch nicht dasselbe. Und darüber gelegt habe ich jetzt mal zwei Moleküle. Auch die sehen sich sehr ähnlich. Wir haben hier überall dieselben Gruppen dranhängen, aber sie sind räumlich anders angeordnet. Und genau darum geht es beim Thema Homochiralität. Jedes Molekül besitzt ein Spiegelbild. Man spricht auch von Enantiomeren oder von Spiegelbildisomeren. Die vorgestellten Bausteine wie Zucker, Aminosäuren etc. kommen in der Natur nur in einer spiegelbildlichen Form vor. Beziehungsweise nur eine Form ist in einem bestimmten Organismus oder für eine bestimmte Funktion brauchbar, die andere nicht. Und das bezeichnet man als Homochiralität. In diesem Zusammenhang möchte ich euch auch gerne erklären, was man unter einem stereogenen Zentrum versteht. Also wir sind bei der organischen Chemie. Das heißt, wir haben hier Verbindungen mit Kohlenstoffatomen. Und wenn Kohlenstoffatome mit vier verschiedenen Gruppen verbunden sind, dann bezeichnet man sie als asymmetrische Kohlenstoffe oder eben auch als stereogenes Zentrum. Das möchte ich euch hier am Beispiel von diesem 2-3-Pentandiol zeigen. Ihr seht hier die Kohlenstoffatome durchnummeriert von 1 bis 5. Ganz links 1 und die 5 ist ganz rechts. Und ja, wir sehen bei dem Kohlenstoffatom 2 und bei dem Kohlenstoffatom 3, dass wir hier stereogene Zentren haben, weil an ihren vier Verbindungsärmchen unterschiedliche Gruppen dranhängen. Bei dem vierten Kohlenstoffatom ist das zum Beispiel nicht so. Und bei dem ersten auch nicht. Ja, bei beim ersten haben wir drei Wasserstoffatome da dran. Das sind ja keine verschiedenen Gruppen, sondern wir haben hier teilweise dieselben Gruppen dranhängen. Und das gleiche gilt auch für das vierte und für das fünfte Kohlenstoffatom. Für das zweite und dritte aber nicht. Dort haben wir an allen vier Verbindungsmöglichkeiten unterschiedliche Gruppen dranhängen. Und das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, räumlich zu variieren. Und ihr seht auf der rechten Seite die verschiedenen Varianten, die daraus entstehen können. Grundsätzlich kann man sagen, wir erhalten 2 hoch N Isomere. Isomere sind die unterschiedlichen Anordnungen, die es geben kann. Wobei N die Anzahl der stereogenen Zentren ist. Jetzt haben wir hier bei diesem Stoff zwei stereogene Zentren. Das heißt 2 hoch 2. Wir haben vier mögliche Isomere. Vier mögliche räumliche Anordnungen. Und ihr seht jetzt hier eben diese vier Anordnungen auf der rechten Seite in der Abbildung. Wobei wir jetzt in grün dargestellt mal die Ethylgruppe haben, in blau die Methylgruppe und in rot haben wir die Hydroxygruppe dargestellt. Die schwarzen Kugeln, das sind die beiden stereogenen Zentren, die beiden Kohlenstoffatome. Und jetzt müsst ihr auf diese grünen und blauen Kugeln mal achten, weil die jetzt nämlich räumlich sich anders darstellen in den einzelnen Teilabbildungen. Also links oben hängen ja beide auf der rechten Seite. Und wenn ihr dann mal rechts oben schaut in die Abbildung, dort haben wir dann die beiden Kugeln auf die linke Seite gebracht. Also ein Spiegelbild produziert. Das sind Enansomere. Und das gleiche gilt auch für das untere Pärchen. Dort haben wir die Ethylgruppe links, die Methylgruppe rechts. Und rechts unten in der Abbildung ist genau umgekehrt. Da haben wir die Methylgruppe links, aber die Ethylgruppe, also die grüne Kugel, rechts dran hängen. Auch hier kann man das spiegeln, das sind Enansomere. Untereinander kann man das aber auch in Beziehung zueinander setzen. Man spricht dann von Diastereomeren. Enansomere sind sich zwar sehr ähnlich, ja, linke, rechte Hand. Doch können sie sich gegenseitig nicht ersetzen. L und D sind Unterscheidungskennzeichen für die räumliche Anordnung der Atome und Gruppen innerhalb des Moleküls. Fast alle natürlichen Aminosäuren, zum Beispiel L-Lysin, kommen in der L-Form vor. Die D-Form ist bei den natürlichen Zuckern, zum Beispiel D-Glucose, überaus dominant. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Homochiralität bedeutet, dass von den beiden Enansomeren nur das eine vorgefunden wird. Nur das eine. Ein 1 zu 1 Gemisch zweier Enansomere bezeichnet man als Razzemat. Lebensnotwendige Moleküle kommen nicht als Razzemat vor, sondern immer in homochiraler Form. Das heißt, egal wo wir in der Biologie nachschauen und wir finden Aminosäuren, dann finden wir immer nur die eine Variante, typischerweise die L-Variante. Niemals die R-Variante. Bei den Zuckern ist es umgekehrt. Da haben wir in der Regel die D-Variante und die L-Variante existiert nicht. Und das ist das, was man als Homochiralität bezeichnet. Jetzt kommen hier ganz viele Fragezeichen dazu. Die entscheidende Frage. Wie hat es die Natur geschafft, sich für ein Enansomer zu entscheiden? Wer den Ursprung der organischen Chemie erklären möchte, muss das Problem der Homochiralität lösen. Homochiralität ist ein ungelöstes Rätsel, denn die Wahrscheinlichkeit für ein chirales Molekül, die beiden L- und D-Enansiomere zu erhalten, ist statistisch betrachtet exakt gleich groß. Präbiotisch besteht keine Konkurrenz von Molekülen. Kein Enansiomär hat präbiotisch einen Vorteil gegenüber einem anderen. Also wie konnte es sein, dass die Natur sich nur für eine Variante entschieden hat? Es müssten normalerweise beide Varianten und zwar in selben Mengen ungefähr entstanden sein. Nun, man könnte natürlich jetzt so argumentieren und sagen, ja, wahrscheinlich sind auch beide Arten entstanden ursprünglich und die Natur hat irgendeinen Weg gefunden, um auszusortieren. Also die eine Variante wurde sozusagen weggeschmissen und die andere Variante wurde behalten. Wahrscheinlich gibt es natürliche Prozesse, die das in irgendeiner Form gemacht haben. Deswegen geht es jetzt hier darum, kann man nachträglich Ratzemate auftrennen, also L- und D-Varianten voneinander separieren? Okay, wir gucken uns die Folie mal an. Kann man ein Ratzemat reinigen, also das gewünschte Enansiomär von seinem Gegenstück separieren? Enansiomäre besitzen gleiche physikalische Eigenschaften wie Schmelz- und Siedepunkte, Dichte und Löslichkeit und das macht eine Separation nicht gerade leicht. Diastereomäre besitzen zumeist andere physikalische Eigenschaften und das macht man sich bei der Separation zunutze. Diese Diastereomäre werden mit einer Enansiomären reinen chiralen Verbindung als Trennmittel aus einem Ratzemat gebildet. Nun kommen hochsensible und schwierige Verfahren im Labor zum Einsatz, um den Trennvorgang durchzuführen. Und ich habe hier mal so ein paar übliche Methoden aufgelistet. Sowas wie die chirale Chromatographie oder Bildung Diastereomerer Salze und die selektive Kristallisation. Aber das sind keine einfachen Verfahren. Das ist überhaupt nicht trivial und man braucht höchste Reinigkeit, ein Reinlabor und höchste technische Kompetenz. Ja, das kann man nicht mal in irgendeinem Tümpel oder sowas machen, wie in der präbiotischen Welt, sondern ich brauche hier ja ganz besondere Bedingungen. Ja, technische Ausstattung und Reinheit. Nichts Einfaches und weil das nicht so einfach ist, kann man damit auch Geld machen, wenn man das beherrscht. Das seht ihr in der nächsten Zeile, denn der Umsatz Enansiomären reiner Medikamente betrug um die Jahrtausendwende 150 Milliarden US-Dollar jährlich mit 15% Zuwachsraten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es einfache, natürliche Prozesse gibt, die völlig ungesteuert solche Enansiomären Trennungen in angemessenen Zeitfenstern vornehmen, ist äußerst gering. Ich habe das noch ziemlich positiv ausgedrückt. Und mit äußerst gering ist es im Grunde genommen unmöglich. Ja, und wenn dann einige Forscher sogar in ihren Papern behaupten, dass das so einfach möglich ist, diese Enansiomären zu trennen, ja, warum machen sie das denn? Nicht kommerziell. Sie würden damit so viel Geld verdienen, dass sie nicht mehr in den Laboren zum Forschen herumhocken müssten, ja, siehe 150 Milliarden US-Dollar. Und man bräuchte im Grunde genommen nur irgendeinen alten Gezeiten-Tümpel aus unserer präbiotischen Erde, ja, und dann könnten wir Milliarden damit machen. Aber solche Tümpel gibt es nicht, ja. Also es ist nahezu ausgeschlossen, dass es irgendeinen natürlichen Prozess gibt oder gab, der diese Ratzemate getrennt hat. Ich möchte euch jetzt im Folgenden einige Paper mal vorstellen, dass ihr seht, wie das dann auch in der Forschung aussieht, dass ich euch hier nicht irgendeinen Blödsinn erzähle, sondern dass das Hand und Fuß hat. Und hier haben wir ein Paper von der NARA Women's University in Japan eingereicht in Cambridge in dem Journal Chemcom. Und das Paper stammt aus dem Jahre 2004. Hier oben seht ihr schon etwas markiert von mir in Gelb jetzt hinterlegt, eine Hypothese. Also in diesem Paper wird von einer Hypothese gesprochen. Das ist also jetzt noch nicht wissenschaftlich gesichert. Und weiter markiert links unten noch ein anderer Abschnitt. Ich lese ihn zunächst auf Englisch vor und dann werde ich das ins Deutsche übersetzen. Es ist gut, dass pure L-Amino acids kann cause spontaneous asymmetric synthesis und optical resolution. However, their predominance over D-Amino acids in the biosphere ist a mystery. Wichtiger Punkt. A mystery. Despite much effort devoted to elucidating how and why L-Amino acids were preferentially selected in the prebiotic earth. No clear solution has been obtained. Also hier wird gesagt, wie auch immer, die Dominanz der L-Aminosäuren über die D-Aminosäuren ist ein Mysterium. Steht hier in einem wissenschaftlichen Paper. Das ist ein Mysterium. Wir wissen es nicht. Ja, und im nächsten Satz wird das auch gesagt. Egal welche Anstrengungen auch gemacht wurden, das Rätsel konnte nicht gelöst werden. Es gibt keine Lösung für das Problem. Ein anderes Paper aus Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Ein Paper aus dem Jahre 2006 und ich zitiere einmal daraus. Verschiedene Theorien über die Entstehung von Homochiralität durch terrestrische Prozesse wurden vorgebracht. Aber ein bemerkenswerter Befund ist, dass einige Verbindungen, von kohlenstoffhaltigen chondritischen Meteoriten mit Alpha-Akylaminosäuren mit Enantiomerenüberschüssen EE auf die Erde geliefert wurden. EE steht für Enantiomeric Excess. Diese Alpha-Akylaminosäuren könnten die Keime der terrestrischen Homochiralität gewesen sein. Ja, ich möchte euch also ein bisschen die Verzweiflung der Wissenschaft da hier auch näher bringen, weil jetzt wird schon extraterrestrisch geguckt. Ja, also Meteoriten. Jetzt wird gesagt, das muss von den Meteoriten gekommen sein. Also extraterrestrische Quellen sind doch keine Lösung für das grundsätzliche Problem der ursprünglichen ersten Entstehung von homochiralen Aminosäuren. Das Problem wird dadurch nur verlagert, aber nicht gelöst. Das klärt doch nicht die Homochiralität der Zucker, der Kohlenhydrate. Die sind zum Beispiel auch nicht auf den Meteoriten drauf. Hier geht es nur um Aminosäuren. Aber wir haben Homochiralität ja zum Beispiel auch bei den Zuckern oder bei den Lipiden. Außerdem wird hier im Konjunktiv gesprochen. Diese Alpha-Akylaminosäuren könnten die Keime der terrestrischen Homochiralität gewesen sein. Also hier ist nichts gesichert. Niemand hat eine Ahnung. Kein Wissenschaftler hat auch nur den Hauch einer Ahnung, wie man das Problem lösen kann. Und ich präsentiere euch noch ein weiteres Paper, ein aktuelles Paper aus dem Jahre 2020, aus dem Journal of Biological Physics. Und hier heißt es in der Einleitung schon, die Homochiralität der Biomoleküle bleibt ein ungelöstes Rätsel. Also nicht nur 2004, 2006, auch 2020 hat sich das nicht verändert. Im vierten Kapitel von dem Paper wird Folgendes geschrieben. Es ist nicht bekannt, welche Reaktionswege oder reaktiven Vorstufen an der eventuellen Produktion homochirale Aminosäuren und Nukleotide beteiligt waren. Also hier auch nochmal die Bestätigung in einem aktuellen Paper, dass wir aus wissenschaftlicher Sicht keine Ahnung haben bei diesem Problem der Enantiomeren-Trennung. Das heißt, wir haben Ratzemathe, können diese nicht trennen, können uns nicht erklären, warum die Natur sich für die homochirale Variante entschieden hat und vor allen Dingen, wie sie an diese homochirale Variante gekommen ist. Was steht dazu in unseren Schul- und Lehrbüchern? Nichts. Das Problem der Homochiralität wird nicht erwähnt. Stattdessen zeigt man in allen Schul- und Lehrbüchern das Jury-Miller-Experiment von 1953, das immer noch als Beweis für die Ursuppentheorie herhalten muss. Das Jury-Miller-Experiment habe ich euch im letzten Video bereits vorgestellt und wir werden dann im nächsten Video auch nochmal ganz kurz darauf gucken, wenn wir uns die Aminosäuren anschauen. Ja, das wird das nächste Thema sein im nächsten Video. Wir gucken uns diesen einen Baustein des Lebens an, Aminosäuren, die ja dann durch Verkettung schließlich zu Proteinen werden sollten. Soviel jetzt erstmal zum Thema Homochiralität. Das wird uns in den nächsten Videos immer mal wieder begegnen und ja, ich hoffe, das war spannend für euch und ich bin mir ziemlich sicher, für viele von euch ist das auch was Neues gewesen, weil das ist nichts, was man in der Schule oder in der Universität beigebracht bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst viele Biologie-Lehrer und Biologie-Professoren nicht wissen, dass es dieses Problem der Homochiralität gibt. Fragt doch mal euren Lehrer oder euren Dozenten beim nächsten Mal. Mal schauen, was er für eine Antwort dann auf dieses Thema hat. Bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.